Hallo, ich habe einen Text, weil ich kann es nicht auswendig, ist aber kein Problem. Also ich erzähle euch was über meinen Silvester und dann nehme ich euch mit auf eine Reise. Ich fange jetzt dann mal an. Wir schreiben den 31.12.2012 und ich bin auf einer der vermutlich schlechtesten Silvesterpartys, die man sich vorstellen kann. Location scheiße, Musik scheiße, Mädels hässlich und Jungs, ach komm, lass mir das mit den Jungs. Zum Glück hast du auch für mein Problem eine einfache Lösung, massig Alkohol. Und deshalb ging ich zu meinen einzigsten Freunden an den Abend, Jack Daniels, Jim Beam und der gute alte Mr. Gorbatschow. Die Musik wurde immer besser, die Mädels immer hübscher und die Location, ach scheiß auf die Location, ich habe doch Alkohol. Es gab nur ein Problem, wenn man trinkt, muss man auch mal aus dem Klo und zum Klo hat nur so eine Wendeltreppe geführt. Im Kunstwerk ist es ohne Treppe unbeschadet runter zu kommen, ja? Ich habe es fast geschafft. Aber so ein leicht schmerzendes, mehr wärmendes Gefühl am Bein entlang ist schon in Ordnung. Ich habe ja später gemerkt, dass das wärmende Gefühl Urin war. Am Klo angekommen, habe ich zu mir selbst geredet, wie ein Trainer, der auf seinen Champ einredet, ja? Okay, Champ, du hast es fast geschafft. Du musst nur noch treffen, treff einfach. Also pisse, wie du noch nie gepisst hast, treff das Klo. Während ich also meine Hose so aufgemacht habe und gerade anfangen wollte zu pissen, ja? Habe ich so komische Geräusche gehört aus der Nachbarsoilette. Hat so gegrunzt und komische Knacklaute gemacht, ähnlich wie ein Delfin, so. Und... Also war schon relativ komisch. Es war also meine Pflicht, die Menschheit vor diesem Elend zu bewahren, sodass man wenigstens beim Urinieren seine Ruhe hat, ja? Also fing ich an. Ey! So Spacken! Kann mir nicht mal in Ruhe pissen zu lappen? Ich bin der Champion. Die Antwort war dezent, aber aussagekräftig, ja? Mir gegenüber ging zwar gar nicht auf mich ein, aber er sang vor sich hin. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich nicht pisse, sondern scheiß. Und weg war ich aus dem verfluchten Scheißhaus. Mit dem Treffen hat es dann leider auch nicht mehr so geklappt. Mir hing zwar ganz klischeehaft Toilettenpapier am Schuh und ich habe in meinen Kopf angehauen, aber es gibt ja zum Glück nichts, was mein guter Freund Jack Daniels nicht heilen kann. Also ab an die Bar. Und das Tolle ist, wenn man so besoffen ist und an der Bar ist, dann redet man zu sich selber, wie man jetzt den Drink bestellt. Okay, ganz ruhig. Du bist eigentlich nüchtern. Du sagst jetzt klar und deutlich mit einem bestimmten Unterton, einen Jack Daniels auf Eis. Ja, was rauskommt, sieht dann so aus. Ey, Süße, Süße. Ich hätte gerne einen Jack hier auf Eis, bitte? Ja, egal wie, hat trotzdem geklappt und ich hatte meinen Jack Daniels. Der leider wiederum dazu führte, dass ich aufs Klo musste. Aber ich ging ganz sicher nicht mehr zu dem Freak auf die Toilette, sondern auf dem Parkplatz, weil man lernt ja dazu. Auf dem Parkplatz kam dann so ein Viech auf mich, so ein Prollo, ein Riesenschrank und der wollte halt stressen. Ja, natürlich hatte der keine Chance gegen mich, denn ich in meinem überaus geilen Suff und meinem kleinen Drang zum Schauspiel wusste, mich gekonnt rauszureden. Als Softdueffchen, ja? Mein Name ist Dyson, Mike Dyson. Und wenn du mir zum kommst, dann beiß ich dir einfach ins Ohr. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass er mir einen Vogel gezeigt hat, aber ich weiß nicht mehr genau. Also biss ich zu. Leider war es ein Spiegel und ich hatte jetzt ein paar Splitter im Mund. Aber mal ehrlich, was machen auch so riesige Standspiegel auf dem Parkplatz? Ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, klar, Frauen müssen auch einparken. Nach dem Mal leichter kann man sich mal ins andere Geschlecht heranwagen. Ja, logische Idee. Also drin angekommen, ans nächste weibliche Geschlecht herangetreten und ganz charmant in den Smalltalk angefangen. Ja, so hätte es gehen können, in echt war es aber anders. Angekommen, zu einem Medien gesetzt und einfach einen Spruch abgelassen. Ey, Sue, kannst du lesen? Ja, wieso denn? Ja, in meiner Hose steht was für dich. Und da habe ich mir die Schelle des Jahres kassiert. Zum Glück war es ja fast vorbei, war ja Silvester. Es war mittlerweile so gegen 24 Uhr und die Party war vorbei. Alle zu müde oder zu betrunken, um aufzustehen. Nur einer hat munter weitergemacht, unser Gegenüber von der Toilette. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich nicht zahm bin, sondern beiß. Klingt komisch, ist aber so und bestimmt haben sich alle am nächsten Morgen gewundert, wo die Bissabdrücke herkommen. Ich wäre am liebsten hingegangen und hätte gesagt, nee, das war keine Nutte, die auf SM stand, das war ein gottverdammter Freak. Naja, war für mich also Zeit zu gehen. Endlich zu Hause angekommen, einfach ins Bett liegen oder auf die Couch liegen oder wenigstens liegen. Ist aber gar nicht so einfach. Vor allem denke ich, dass sich meine Organe darüber unterhalten, wie man es am geschicktesten schafft, ins Bett zu kommen. Muss ich wohl so anhören. Gehirn an alle. Okay, noch zwei Meter, dann haben wir es geschafft, dann sind wir im Bett. Ende an Gehirn. Wir stecken in den Hosentaschen fest, wir kommen nicht raus. Beine an Gehirn. Wir wissen nicht, wo links und rechts ist. Hilf uns mal bitte, Gleichgewichtsorgan. Leber an Magen. Ey Magen, komm vorbei, ich habe ein bisschen Alkohol für dich. Magen an Gehirn. Ja, hey Gehirn, ich gehe zur Leber, man sieht sich. Gehirn an Magen, mach's gut. Gehirn an Gleichgewichtsorgan. Beeil dich mal, du Kacklappen. Also ich glaube ja, dass wenn ich trinke, dass mein Gleichgewichtsorgan so ausländisch wird und nichts mehr versteht. Muss ich wohl so anhören. Gleichgewichtsorgan an Gehirne. Nichts verstehe, nichts Deutsche, alles sei sie hier. Okay, Gehirn an Beine, ihr schafft es auch ohne Gleichgewichtsorgan. Beine an Gehirn, okay. Und BAM, was ein Knall. Dann plötzlich Stille. Nase an Gehirn, Nase an Gehirn, ich kriege meine Tage. Magen an Speiseröhre. Ey Su, ich habe was für dich. Speiseröhre an Mund. Luki auf, Old Jack kommt raus. Dankeschön. Applaus Aber mal werde ich viel张. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020